Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich euch gerne wieder sechs unterschiedliche, kaum bekannte Wege vorstellen, wie ihr Online-Geld verdienen könnt. Und heute habe ich wieder mal einfach wirklich interessante Strategien, interessante Plattformen, die auch ein wenig outside the box sind. Was das für Plattformen sind, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung an euch, nämlich das E-Commerce-Mentoring-Programm von einem guten Freund von mir, nämlich von Alexander Stijakovic. Er hat ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, mit dem seine Schüler bereits Millionen Umsätze generieren konnten. Es ist ein wirklich sehr transparentes Programm, bei dem er euch eins zu eins coacht. Das heißt, er hilft euch dabei, ein E-Commerce-Unternehmen aufzubauen und anschließend dann kriegt ihr auch noch Zugriff zu einer Lernplattform mit über 100 unterschiedlichen Videos. Falls euch dieses E-Commerce-Mentoring-Programm interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu seinem Programm. Lest euch das Ganze mal durch und dann bewirbt euch bei ihm nochmal. Ein Link befindet sich in der Videobeschreibung drin. Fangen wir dann am besten direkt mit der ersten Einnahmequelle an. Und diese Plattform hier nennt sich FEDLAMA. Ja, so heißt die Plattform wirklich. Fragt mich nicht, warum sie diesen Namen gewählt haben. Es ist eine Plattform, die jetzt angekündigt hat, auch in den deutschsprachigen Bereich gehen zu wollen. Was genau ist das für eine Plattform? Derzeit existiert sie nur im Vereinigten Königreich. Es könnte aber bald sein, dass ihr auch Zugriff auf diese Plattform bekommt. Und auf dieser Plattform könnt ihr alle möglichen Geräte zum Beispiel verleihen. Sei es zum Beispiel Computer, sei es Mikrofone oder was auch immer. Und was viele Leute hier tun, ist die bauen sich damit ein richtig schönes passives Einkommen auf. Das heißt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe alle möglichen Computer hier rumstehen. Sagen wir zum Beispiel den neuen M1 und die brauche ich relativ selten. Oder ich habe zum Beispiel alle möglichen Mikrofone. Oder ich habe auch viele Mikrofone, die ich gar nicht mehr verwende, die ich früher mal gekauft habe. Ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, auch diesen alten MacBook, der immer noch sehr gut funktioniert, den ich aber nie verwende. Und ich könnte folgendes tun, nämlich ich könnte hier auf die Plattform gehen, könnte zum Beispiel eingeben, sagen wir mal MacBook, könnte anschließend dann auf Search draufklicken und könnte dann mir die jeweiligen Produkte hier anschauen und könnte, wenn ich natürlich als Verkäufer operiere, könnte ich die Produkte selbst anbieten. Und man sieht hier zum Beispiel 10 Pfund pro Tag oder für dieses ganze Kamerasetup hier 99 Pfund pro Tag oder für diesen einen Computer hier den MacBook Pro 16, also 16 Zoller, dafür würde ich 35 Pfund pro Tag bekommen und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wenn man mal so einen Computer für, sagen wir mal, nur 1,10 Pfund vermietet hat und man hat vielleicht ein paar Leute, die dann insgesamt, sag ich jetzt mal zusammen, den Computer für 30 Tage gemietet haben, hat man hier 1.000 Pfund zusammen oder sogar ein bisschen mehr, was sicherlich eine schöne passive Einnahmequelle sein kann. Und zum Beispiel haben wir hier auch so ein Apple MacBook Pro, ein 13er, das müsste genau der sein, den ich jetzt hier gerade rumstehen habe, also der etwas ältere und dafür würde ich dann hier sogar noch 55 Pfund pro Tag kriegen und würde auch hier immer, könnte ich hier voll das tun, nämlich könnt ihr mir hier ganz genau anschauen, wie viele Bewertungen bereits zum Beispiel dieses Produkt bekommen hat und man sieht bei vielen Produkten, dass diese schon hunderte Bewertungen bekommen haben. Das heißt, ganz, ganz viele Leute haben sich die bereits ausgeliehen und dementsprechend haben auch die Verkäufer beziehungsweise die Vermieter sehr, sehr gutes Geld damit gemacht. Und zum Beispiel auch selbst Ladekabel haben hier Bewertungen mit drei Bewertungen, 5 Pfund pro Tag, was sicherlich auch eine schöne passive Einnahmequelle sein kann. Wir können uns ja noch vielleicht ein paar weitere Produkte mal anschauen. Sagen wir mal vielleicht, ihr habt irgendwie ein Mikrofon oder sowas rumstehen, dann könnte ich halt hier auch Mikrofon anklicken, zum Beispiel hier das Blue Yeti USB Mikrofon, das ist exakt das, mit dem ich hier gerade aufnehme. Da wollen anscheinend Leute 15 Pfund pro Tag für haben, die Person hat hier schon 11 Bewertungen. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, aber so ein Blue Yeti USB Mikrofon kostet neu so um die 120, 130 Euro, das heißt, sagen wir mal ungefähr 110 Pfund schätzungsweise. Wenn dieses Mikrofon hier für 8 Tage oder vielleicht sogar nur 7 Tage, sag ich jetzt mal, ausgeliehen wird, dann hält ihr damit schon fast diesen Break-Even-Punkt bzw. hättet ihr schon fast einen Profit damit gemacht. Und es gibt noch viele, viele weitere Mikrofone, die man hier sich ausleihen kann und für alle von diesen Geräten kriegt man, wie gesagt, passives Einkommen bzw. wenn die Leute sich das ausleihen und man vergibt es in diese andere Person, dann hat man ein schönes passives Einkommen durch dieses Produkt. Diese Plattform hier gibt es bisher nur im Vereinigten Königreich. Ich hoffe, dass sie bald auch im deutschsprachigen Bereich, sag ich jetzt mal, aktiv sein wird. Die haben das angekündigt, aber keine Ahnung, wann es tatsächlich dazu kommen wird. Dann, die nächste Plattform ist diese hier. Und ich denke, einige von euch haben sicherlich schon mal diese Scooter bzw. die Fahrräder oder die Roller in den jeweiligen Städten gesehen, in denen ihr wohnt. Nämlich die Plattform Lime bzw. die Lime Scooter stehen praktisch überall. Hier in Berlin sind die, glaube ich, aus dem Stadtbild kaum noch wegzudenken. Und das Interessante ist bei Lime, dass man auch mit Lime Geld verdienen kann als ein sogenannter Juicer. Ich denke, bei einigen von euch renne ich da offene Türen ein, weil ich hatte sogar schon mal ein paar Kommentare von einigen von euch bekommen, die sagten, hey, ich habe das schon mal ausprobiert, weil ich in einem anderen Video schon mal über Lime sprach. Was genau ist dieser Job als Lime Juicer? Als Lime Juicer macht man einfach nur Folgendes, nämlich man lädt diese Lime-Roller wieder auf. Ich muss euch ehrlich zugeben, ich habe diesbezüglich keine praktische Erfahrung. Das heißt, ich habe noch nie selbst einen Lime-Roller gejuiced. Aber wie ich glaube, wie es funktioniert, ist wie folgt. Nämlich zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit des Tages kann man halt diese Lime-Roller abholen, kann sie anschließend dann bei sich zu Hause aufladen, muss sie dann bis zu einer bestimmten Zeit wieder in den jeweiligen Ort zurückbringen. Und dann, wie gesagt, wenn man dann ein Foto macht und ich glaube auch einen QR-Code einscannt, kriegt man halt das Geld für das Juicen, also für das Aufladen und das Wiederhinstellen. Und damit kann man sich gutes Einkommen aufbauen. Das ist definitiv nicht passiv. Außer natürlich, gut, das Aufladen ist sicherlich passiv, aber die Arbeit an sich fällt natürlich an. Macht natürlich jetzt wenig Sinn für Leute, die zum Beispiel einfach nur, sagen wir mal, einen Juicer theoretisch transportieren können, aber wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Sprinterwagen oder sowas habt und ihr könnt abends davon mal 10 einfach so einstecken, dann ist das natürlich eine wirklich schöne passive Einnahmequelle. Es gibt hier übrigens, oder ich passe hier eher aktive Einnahmequelle, es gibt diesbezüglich auch tolle YouTube-Tutorials von Leuten, die damit Tausende von Euro pro Monat machen. Also gut, hier in Berlin sehe ich es übrigens auch immer wieder abends, dass sie eingeladen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier in Deutschland sowas wirklich, wirklich gut funktionieren kann. Ist auf jeden Fall eine Einnahmequelle, die ich interessant finde, wo ich aber euch offen und ehrlich zugeben muss, die ist erstmal nicht persönlich was für mich. Dann die nächste Einnahmequelle ist diese hier namens PhotoShelder. PhotoShelder ist eine Plattform, die ziemlich ähnlich zu solchen Plattformen ist wie Dreamstime oder Shutterstock. Was genau könnt ihr hier tun? Ihr könnt hier jede Zeit eure Stockfotos verkaufen. Heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein gutes Handy habt, beziehungsweise habt eine gute Kamera oder habt vielleicht sogar auch professionelles Gerät und könnt damit ein paar tolle Fotos schießen, dann nehmt diese Fotos und verkauft sie auch nochmal online. Es gibt natürlich alle möglichen Apps, über die man das auch tun kann, sei es zum Beispiel Snapwire oder sei es zum Beispiel Fope, aber besser sind meines Erachtens die großen Plattformen, das heißt zum Beispiel Shutterstock, Dreamstime und so weiter und so fort. Und eine von diesen Plattformen, die aber etwas kleiner ist, sei es jetzt mal die Plattform PhotoShelder. Hier könnt ihr halt jederzeit die Fotos anbieten, könnt einfach mal nach unten scrollen und könnt anschließend dann hier unten euch als Contributor anmelden. Die nächste Plattform ist diese hier namens Schaltplatz. Auf Schaltplatz könnt ihr folgendes tun, nämlich ihr könnt hier eure Werbefläche anbieten, zum Beispiel habt ihr eine Webseite und auf dieser Webseite gibt es vielleicht irgendwie einen Blog oder dergleichen und da würdet ihr gerne Werbung haben, dann könnt ihr genau diese Werbefläche hier registrieren und dann sucht die Plattform für euch nach Leuten, die gerne Werbung schalten möchten und dann könnt ihr halt dort auf eurer eigenen Plattform Werbung haben, die dann halt über Schaltplatz geschaltet wird und könnt so nochmal passives Einkommen euch aufbauen mit einem existierenden Blog bzw. mit einer existierenden Webseite. Dann ist es praktisch vergleichbar mit solchen Plattformen wie Google AdSense, bloß das halt Schaltplatz praktisch das deutsche Pendant dazu ist. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens ToLuna Influencers. Auch ToLuna Influencers könnt ihr mit Umfragen Geld verdienen. Ihr müsst einfach nur hier nach unten scrollen, anschließend dann könnt ihr hier unten direkt starten. Ihr könnt aber auch einfach hier rechts oben aufregistrieren, draufklicken und könnt dann schon eure Namen eingeben, könnt praktisch eingeben, womit ihr euch auskennt usw. Und dann sofort, nämlich hier steht da folgendes, nämlich ich inspiriere alle neuen und coolen Entwicklungen in dieser Welt, Produkte, Dienstleistungen und Haustierfürsorge, ja sogar wie deine Spaghetti schmecken. Sehr interessant. Und ihr könnt praktisch also die Umfragen machen und könnt anschließend dann mit diesen Umfragen hier über die Plattform einen Namen erzählen. Und dann die letzte Plattform, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, ist diese hier namens 500 Pixel. 500 Pixel ist eine Plattform, auf der ihr wieder eure Stockfotos verkaufen könnt. Das ist praktisch so eine Plattform wie Fotoschelter oder wie gesagt, wie Shutterstock, Dreamstime und so weiter sofort. Und ihr könnt euch halt damit ein passives Einkommen aufbauen, indem ihr Fotos, die ihr geschossen habt, hier hochladet. Die Fotos werden dann für euch verkauft und ihr kriegt für jeden einzelnen Sale eine Provision. Und bei gerade solchen Extended Licenses würden Leute dafür bezahlen, dass sie zum Beispiel für irgendwie Printmedien oder sowas verwenden dürfen. Da kriegt man dann erstaunlich viel Geld und 500 Pixel ist einfach eine weitere Plattform, die sich auf jeden Fall lohnt. Gut, das war es noch heute hier für dieses Video. Falls ihr von mir ein persönliches Coaching-Buch möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können. So wie es so geht euch vor dann? Hier geht euch an. revenues ,